Wir kommen zum dritten Teil des Themas Icon-Gestaltung und jetzt wollen wir uns die Forderungen an die Icon-Gestaltung mal anschauen. Diese Forderungen sind die gleichen, die wir schon kennen, aber im Rahmen der Icon-Gestaltung müssen wir uns da mal Gedanken machen, was das eigentlich bedeutet. Schaut euch mal diese drei Icons hier an. Was seht ihr? Ihr seht eine Briefmarke, ihr seht einen Block und ihr seht eine Kamera und ein Foto. Also kein Problem, das kann man sehr leicht erkennen, weil diese Objekte einem grundsätzlich bekannt sind. Wofür stehen diese drei Objekte? Sie stehen für ein E-Mail-Programm, sie stehen für ein Editor und sie stehen für eine Bildverarbeitung und Verwaltung. iPhoto ist das das Icon-Foto, das gibt es gar nicht mehr, aber gut, das Icon ist ja deswegen nicht schlechter geworden. Das kann ich wiedererkennen, denn das ist mir mal bekannt gewesen, also mir zumindest waren jetzt diese drei Zuordnungen bekannt und daher konnte ich dieses Wiedererkennen an dieser Stelle durchführen. Und das ist eine wichtige Forderung an Icons, nämlich Wiedererkennbarkeit. Icons können so gestaltet sein, dass sie wiedererkennbar sind. Das Wiedererkennen ist ein allgemein sehr zentrales Konzept bei grafischen Nutzungsschnittstellen. Das liegt zum Beispiel auch dann vor, wenn ich ein Menü anzeige. Also wenn ich ein Menü öffne und da stehen dann Einträge drin, dann hat das einen großen Vorteil gegenüber dem freien Erinnern. Denn wenn ich mich frei erinnern müsste, dann muss ich mir erst mal wieder hervorrufen, was alles möglich war. Und das brauche ich nicht, wenn ich die Sachen transparent am Bildschirm habe. Und dann haben Icons noch die besondere Eigenschaft, dass man sie ja besonders, sagen wir mal, performant wahrnehmen kann. Und dieses Bildchen, was dann da steht, einen Hinweisreiz, eine Erinnerung hervorrufen kann an das, wofür das Ganze stand. Und dafür brauchen wir natürlich Icons einer bestimmten Art. Und die sehen wir hier. Das sind sogenannte bildhafte Icons. Denn diese Icons haben etwas Bildliches an sich. Sie sind abbildend. Bildhafte Icons, habe ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen, bildhafte Icons können einen hohen Hinweischarakter haben. Und diese Icons hier auf der rechten Seite haben das auch. Das heißt, ich verwende hier solche bildhaften Icons, die eine Abbildung von etwas sind, um eben die Wiedererkennbarkeit zu fördern und den Erinnerungsaufwand zu verringern. Das ist leider nicht für alle bildhaften Icons der Fall. Das Wichtige ist nämlich, dass es einen Hinweischarakter braucht. Man kann auch sagen, die Icons müssen konstruktiv sein. Das heißt, ich muss an diesem Icon etwas haben, was mich erinnern kann an das, wofür es steht, für das Wiedererkennen helfen kann. Und das ist leider nicht für alle Icons der Fall. Schaut euch mal diese Skala an, die quasi den Grad des Hinweischarakters angibt. Diese Icons sind teilweise bildhaft, teilweise nicht bildhaft. Aber das hängt nicht unbedingt ganz direkt mit dem Hinweischarakter zusammen. Auf der rechten Seite, wo der Hinweischarakter maximal ist, da haben wir eine ganze Menge bildhafter Icons, die Objekte abbilden, die mit dem, wofür das Icon hinterher steht, etwas zu tun haben. Also ein Briefumschlag hat natürlich etwas mit Mailverschicken zu tun. Ein Notizblock hat natürlich etwas mit Textaufschreiben zu tun. Eine Diskette hat natürlich etwas mit Speichern zu tun. Eine Lupe hat natürlich etwas mit Vergrößern zu tun. Eine Lupe hat übrigens eigentlich gar nichts mit Suchen zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Also wenn ich zum Beispiel mein Portemonnaie suche, was vorkommt, dann mache ich das nicht mit der Lupe. Aber sei das jetzt an der Stelle mal dahingestellt, eine gewisse Konvention. Aber nehmen wir mal die Lupe zu vergrößern. Diese Icons hier bilden ein Objekt ab, was mit dem, wofür es steht, etwas zu tun hat. Und deswegen habe ich einen hohen Hinweischarakter. Ganz auf der linken Seite habe ich auch zwei Objekte, die bildhaft sind, nämlich eine Erdbeere und einen Pylon. Aber die Erdbeere, die steht für einen Editor, für einen Editor namens Smultron, ein Macintosh-verbreiteter Editor, ich nutze ihn zumindest. Und daneben VLC, dieser Pylon. Aber sowohl die Erdbeere als auch der Pylon bilden zwar ein Objekt ab, aber dieses Objekt hat überhaupt nichts damit zu tun, wofür das Ganze steht. Das heißt, hier habe ich zwei Icons, die zwar bildhaft sind, aber keinen Hinweischarakter haben. Diese Icons muss ich genauso erlernen in dem, wofür sie stehen und kann es nur durch Erlernen tun, wie zum Beispiel der rote Kreis für etwas stehen könnte oder dieses komische Rautending da für etwas stehen könnte und von dem ich dann gelernt habe, aha, das ist das Vorfahrtzeichen. Genauso habe ich gelernt, dass dieser Pylon für VLC steht. Und dann haben wir noch konzeptuelle Icons in der Mitte. Was hat das mit konzeptuellen Icons denn zu tun? Das sind ja keine Abbildungen von Objekten, diese Icons, die ich da sehe, diese Zeichen. Aber sie sind auch nicht rein Arbiträr, sondern sie haben eine Form, die ein gewisses Konzept ausdrückt. Machen wir uns das klar an dem Fall nach links und an diesem Icon, was aussieht wie ein auf der Seite stehendes Y. Das Fall nach links Zeichen könnte zum Beispiel dafür stehen, zu sagen, Objekte von der rechten Seite auf die linke Seite verschieben. Das kennt man manchmal tatsächlich in manchen Einstellungsmöglichkeiten. Und das andere Icon könnte zum Beispiel für Branch stehen, also für Aufteilung stehen. Das wären sinnvolle Verwendungen dieser beiden Zeichen. Aber das sind keine arbiträren Zeichen, denn ich könnte sie nicht vertauschen. Ich könnte nicht sinnvoll sagen, dass der Fall nach links für Branch steht und dieses sich aufsplittende Icon für Elemente nach links verschieben. Das macht keinen Sinn, denn die Icons haben etwas an sich in ihrer Form, was ein gewisses Konzept ausdrückt. Das tut auch zum Beispiel dieses Playzeichen, nämlich dass es vorangeht, dass in eine Richtung etwas fortgeschoben wird. Und auch dieses Im-Kreis-Laufen für Recycling oder Neuladen hat natürlich eine gewisse konzeptuelle Aussagekraft. Und deswegen nennen wir diese Icons konzeptuelle Icons. Alles, was mit Pfeilen zu tun hat, würde darunter fallen. Das sind natürlich Icons, die häufig verwendet werden und vor allen Dingen auch häufig in Kombination mit anderen Zeichen dann ein neues Gebilde bilden. So, jetzt sehen wir das hier. Wir haben also den Hinweiskarakter und der Hinweiskarakter, naja, hat was damit zu tun, ob etwas wiedererkennbar ist und ob es eine Bildhaftigkeit hat, aber nicht zwangsläufig. Also, Icons sollten bildhaft sein und zwar bildhaft auf eine Art und Weise, dass das, was abgebildet ist, mit dem, wofür das Ganze steht, etwas zu tun hat. Und konzeptuelle Icons sind Hilfsmittel, um bestimmte, naja, nicht direkt bildhaft darstellbare Dinge darstellen zu können, aber der Grad der Konventionalisierung ist höher und der Grad des, naja, Erlernen-Müssens ist noch höher als bei Icons überhaupt. Und alle diese Icons müssen erlernt werden, immer alle. Wenn wir das mal in so eine Icon-Klassen-Matrix hier einbauen, die werden wir hinterher noch ein bisschen vervollständigen, dann haben wir hier schon mal so ein paar Icon-Klassen, die man herausbilden kann. Und da haben wir hier auf der linken Seite dann mal die sogenannten gegenstandslosen Icons. Man kann auch sagen, es sind die nicht bildhaften Icons. Sie bilden keinen Gegenstand ab. Und da haben wir die rein arbiträren, die sind unten links in der Ecke und die sogenannten konzeptuellen Icons, die wir gerade eben ja uns angesehen haben. Ja, und dann haben wir hier oben rechts, das sind die Bild-Icons. Das sind genau die, um die es jetzt geht. Das sind die, die der Wiedererkennbarkeit, die Wiedererkennbarkeit gut unterstützen können. Ja, und dann haben wir hier noch diese blöden Dinger, quasi bezugslose Bild-Icons. Und die, naja, sind für uns eigentlich relativ irrelevant. Leider gibt es von denen viele. Ich schneide mal jetzt etwas herein, was ich bei dem vorherigen Video rausgeschnitten hatte, weil ich das da gar nicht brauchte, wo ich meinen Doc am Macintosh durchgehe. Schaut euch das doch vielleicht mal gerade an. Gucken wir uns das mal gerade an. Das erste ist beim, das ist ja jetzt hier von macOS, der Finder. Das Icon zeigt jetzt hier ein lachendes Gesicht. Das ist eine Metaphorik für Schnittstelle und für Interface. Das passt eigentlich nicht zu einem Datei-Explorer. Das nächste ist eine Ente. Die Ente steht für ein FTP-Programm. Das nächste ist Trillion. Das ist ein Chat-Programm. Wofür das steht, weiß ich nicht. Das nächste ist Chrome. Was man sieht, ist eine Darstellung, würde ich sagen, einer Blende, die so öffnet und schließt. Das nächste, Evernote, ein Elefant. Ja, ein Elefant und ein Eselsohr an der Ecke. Ja, Elefanten merken sich alles und ein Eselsohr steht für Umblättern. Oh, ja. Okay, gut. Von mir aus ist das eine Abbildung von etwas. Das nächste, Safari, das ist eine Abbildung eines Kompass. Kompass steht für Navigation. Okay, hier haben wir die Möglichkeit, dass es eine Wiedererkennbarkeit geben kann. Das nächste ist ein Remote Desktop, Chrome Remote Desktop. Ja, durch diese Bildschirmdarstellung könnte das so gehen. Das nächste ist eine Erdbeere. Erdbeere steht für den Editor Smultron. Nein, keine Chance. Dann haben wir die Briefmarke. Die steht für das Mail-Programm. Ja, das ist auf jeden Fall Wiedererkennbarkeit an dieser Stelle. Dann haben wir LR. Lightroom. Ja, aber das Icon selber sagt gar nichts aus. FRV, Fast Raw Viewer. Genau so. Firefox. Genau so. Einen Kreis für Opera. Dann haben wir wieder ein paar, die sind gut. Das ist ein Notizprogramm und noch ein Notizprogramm. Dann haben wir Open Office. Das steht für ein Dokument. Das kann eine Wiedererkennbarkeit geben. Dann kommt der Kalender. Das Icon ist ein Kalenderblatt. Das kann Wiedererkennbarkeit fördern. Ja. Dann haben wir eine Sprechblase. Die Sprechblase für Chat. Ja, das kann funktionieren. Nochmal Sprechblase für Chat und ein Telefon da drin. Das ist hier WhatsApp in diesem Fall. Kann funktionieren. Das Terminal kann funktionieren. Das Zahnrad kann funktionieren für Einstellungen. Das nächste ist der Systemmonitor. Kann funktionieren. Also ihr seht, einige Icons dieser Art funktionieren und andere funktionieren nicht. Also ihr seht, an solchen Anwendungse-Icons, da gibt es viele dieser bezugslosen Bild-Icons. Das hat mehr mit Marke zu tun, als dass es wirklich mit Icon-Gestaltung und Ergonomie an dieser Stelle zu tun hat. Nächste Forderung. Was haben wir noch für Forderungen an die Icon-Gestaltung? Naja, was ist das Problem mit diesen Icons hier? Schaut euch diese Icons mal an. Immer hier so die eingekreisten. Ich finde es vor allen Dingen frappierend an diesem Internet-Download-Manager, die beiden Icons, die da eingezeichnet sind. Ich habe auf einem Anblick überhaupt keinen Unterschied gesehen zwischen diesen beiden Icons. Seht ihr einen? Ja, es gibt ja einen. Erstmal sind es sowieso sehr komplexe Icons. Also wir haben da ein Stoppschild drauf. Eigentlich ist es gar kein Stoppschild, sondern ein Durchfallverbotenschild. Dann haben wir eine Weltkugel und hinten um die Weltkugel kommt etwas hervorgeschossen. Das ist offensichtlich ein Icon, also ein Ordner-Icon. Und das bleibt dann stehen und, naja, vor dem Schild. Gut, okay, Metaphorik ohne Ende. Und zwar krude Metaphorik meiner Meinung nach. Ah, gut. Stopp. Und dann rechts daneben ist alle Stoppen. Und der einzige Unterschied ist, es ist nicht nur ein Ordner, es sind mehrere. Ach du meine Güte. Also dieser Unterschied in diesen beiden Icons ist so sehr nur im kleinen Detail und so sehr unerkennbar, dass es echt schwierig ist, das überhaupt wahrzunehmen. Ähnlich sieht es aus links bei, da haben wir links einmal Pflegeperson und Familienmitglied. Der Unterschied ist, klein, es ist ein Kind vorne davor und ja, der Mann ist zur Seite gedreht. Aber so im Großen und Ganzen sieht auch das wieder gleich aus. Vor allen Dingen auch noch, weil da immer noch so ein Fernglas eingeblendet ist, was auf der rechten Seite dann auch noch gleichförmiger macht. Also diese Bilder, diese beiden Icons sind auch ganz schwer nur als Bilder zu unterscheiden. Und das Gleiche gilt jetzt da oben auch in diesem Dateimanager da. Diese Icons sind sich auch teilweise zu ähnlich. Also zum Beispiel die Lupe auf dem Text und der Stift auf dem Text sind sich sehr ähnlich. Oder auch die, naja, die Icons da auf dem Ordner. Was kann man jetzt hier für eine Forderung rausschließen? Es gilt hier, Unterscheidbarkeit wieder zu gewährleisten. Wir brauchen unterscheidbare Icons, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, dass ich mir das Icon sehr genau angucken muss, um überhaupt die Unterschiede zu sehen. Denn entweder heißt das, ich muss sehr lange gucken, das ist erzwungene Sequentialität. Oder ich bin geneigt, das falsche Icon zu drücken und dann muss ich irgendwie was rückgängig machen oder habe vielleicht sogar meine Arbeit zerstört. Und das ist natürlich erst recht erzwungene Sequentialität. Beides ist nicht das, was ich gerne hätte. Also gilt es hier auch an dieser Stelle, unterscheidbare Icons zu wählen. Schaut euch mal diese Beispiele an, die nächste Forderung. Was ist das Schöne an diesen drei Zeichen? Das Schöne ist, die sind ganz einfach. Es sind wirklich sehr leicht zu erkennende, also im Sinne von Wahrnehmungsaufwand, sehr leicht zu erkennende Zeichen. Also ein geringer Wahrnehmungsaufwand ist da. Es geht ganz schnell, einmal drauf geguckt, habe ich alle Details, die es gibt, gesehen. Denn es gibt eigentlich quasi gar keine Details an diesen drei Zeichen. Das heißt, es gilt also auch, Icons einfach zu gestalten, denn dann ist weniger da. Und wenn weniger da ist, wenn ich wenig zu erfassen habe, dann geht die Erfassung immer schneller. Ja, gibt es diese Einfachheit in üblicher Icon-Gestaltung? Naja, häufig ja. Also aktuelle Icons kommen dem häufig sehr nahe. Vor allen Dingen, wenn ihr euch das anguckt, was an Smartphones und Tablets üblich ist und mittlerweile aber auch wieder bei Windows und bei macOS üblich ist, dann sind viele Icons ziemlich einfach gestaltet. Es gibt aber Icons, bei denen ist das nicht so. Ich habe euch am Anfang der Reihe schon mal dieses Beispiel hier von WinRAR gezeigt. Und ihr seht da Icons, die sind nicht einfach, im geringsten nicht. Die sind fein detailliert bis zum geht nicht mehr, als hätte man irgendwie quasi einen Wettbewerb gestaltet, wer gestaltet das aufwendigste Icon, das wir hier noch einbringen können. Dann da dieser schwarze Balken. Das ist aus einer Software, die es so gar nicht gibt oder gar nicht so herausgekommen ist. Da sind mal von einer Softwarefirma Leute bei uns gewesen. Es ging da um eine Software zur Literaturverwaltung. Die sind bei uns vorbeigekommen, weil die, naja, einer von denen hatte bei uns mal die Vorlesung gehört und hat dann gesagt, ihr habt doch da Expertise und wie sieht das denn aus und was könnte denn uns zur Ergonomie unserer Software sagen. Da haben wir natürlich einiges zu sagen gehabt. Unter anderem haben wir die Icons bemängelt. Und wenn ihr euch die Icons mal anschaut, dann seht ihr auch diese Icons. Die Icons sind sehr detailliert. Zum Beispiel das Haus, das Haus, das hat einen Schornstein, das hat Fenster und in dem Fenster sogar noch eine Struktur und eine Tür und die Tür hat sogar eine Klinke und so weiter und so fort. All diese Icons sind ziemlich aufwendig gestaltet. Aber da haben wir auch gesagt, eine einfachere Gestaltung täte da Not und würde da ein besseres Ergebnis haben. Unten das Beispiel ist eine Software namens Schild, die ist im Bereich der Schulen verbreitet und ist es auch heute noch. Also das Beispiel, was ihr da seht, ist zwar schon fast zehn Jahre alt, aber wenn ihr mal im Netz guckt, dann seht ihr, dass die aktuelle Version von Schild, Schild NRW heißt die Software, der in ganz ziemlich genau so aussieht und auch immer noch diese gleichen Icons hat und diese gleiche Grundnutzungsschnittstelle hat. Ja und da seht ihr eine Iconleiste mit einer ganzen Menge Icons. Und ja, diese Icons haben sowieso den Nachteil, dass sie aus verschiedenen Iconsätzen offensichtlich zusammengesucht wurden. Also es gibt da Icons drin, wie zum Beispiel das Fernglas. Das sieht aus wie zu Zeiten von Windows 3.11 und andere Icons, wie zum Beispiel diese zwei Dokumente, die da unter Gruppenprozesse stehen, die sehen aus wie bei Windows XP. Das heißt, da wurden aus verschiedenen Generationen von Icons, naja, welche zusammengebracht. Und einige davon sind auch zu aufwendig. Zum Beispiel dieses Icon mit den drei Männchen drauf, in den drei Grundfarben auch noch, viel zu aufwendig. Das Icon daneben mit diesen vielen kleinen Strukturen, viel zu aufwendig. Oder das eine Icon, was unter Druckausgabe steht, wofür ich gar nicht weiß, wofür es steht momentan. Aber das ist ja nicht unbedingt das Problem. Ich habe es auf der rechten Seite mal in Größe abgewählt. Guck mal, wie aufwendig dieses Icon ist. Dafür, dass ich ja hier eigentlich nur 16x16 Pixel habe, hat man da sehr viel versucht, in diesem Icon unterzubringen. Es sind viel zu komplex gestaltete Icons, die sich nicht an das Gebot, an die Forderung nach Einfachheit halten. Was haben wir hier? Hier sehen wir eine Systemsteuerung, in diesem Fall aus Windows 8. Das ist aber egal, das ist nur ein Beispiel. Guckt mal drauf, welches Icon fällt euch auf. Ja, ich wette, ihr habt alle das Icon des Flashplayers sofort gesehen. Woran liegt das? Hier haben wir ein Icon als einziges in dieser Signalfarbe. Es könnte aber gut sein, dass das auch funktionieren würde, wenn es schwarz-weiß wäre, das Ganze. Denn das Icon ist noch aus anderen Gründen gänzlich anders. Es ist, naja, viel flächiger. Flächiger. Alle anderen Icons sind luftiger, haben weniger, naja, haben nicht die komplette Fläche belegt. Dieses Icon hingegen ist komplett mit dieser roten Farbe belegt oder überhaupt mit einer Farbe belegt. Das heißt, es wäre auch dann auffälliger. Das gilt es zu vermeiden. Dass hier ein Icon so auffällt, das ist keine gute Idee. Wie kann man es vermeiden oder was musste man machen, um es zu vermeiden? Man muss sich an die Forderung nach Gleichförmigkeit halten. Denkt nochmal zurück an die präattentive Wahrnehmung, die wir in unserem Kapitel G3 ja besprochen haben. Also wo wir, naja, dieses Phänomen beschrieben haben, dass es so eine Vorsortierung gibt. Dass wenn ein einzelnes Objekt ganz anders ist als die anderen Objekte, unser Wahrnehmungssystem eine Vorsortierung macht. Wir hatten das da an dem Beispiel unten links beschrieben mit einem kleinen Ball, einem Punkt. Und dieser eine Punkt, der anders ist als die anderen, ja, der fällt doch sofort auf. Da haben wir doch überhaupt keine Schwierigkeiten, den sofort zu sehen. Das gleiche gilt jetzt hier an dieser Stelle. Das heißt, hier wird die Aufmerksamkeit geleitet. Und Aufmerksamkeitsleitung kann man natürlich nutzen, aber man sollte sie nicht versehentlich nutzen. Das heißt, es gilt Ablenkungsfreiheit sicherzustellen. Und Ablenkungsfreiheit bedeutet eben bei der Gestaltung von Icons, dass man Gleichförmigkeit, für Gleichförmigkeit sorgt. Das heißt, Icons sollten einander ziemlich ähnlich sein von ihren gewissen Grundeigenschaften, dass nicht so eine Vorsortierung, so eine präattentive Vorsortierung eintritt. Und das ist hier an dieser Stelle nicht gemacht worden. Das hat zwei Nachteile. Der eine ist, es findet eine Aufmerksamkeitsleitung statt, eine fehlerhafte. Und die andere ist, ich kann die Aufmerksamkeitsleitung, wenn ich sie haben möchte, nicht mehr besonders gut machen. Stellt euch vor, ihr wolltet Icons rot einfärben für problematisch, dann habt ihr an dieser Stelle ein Problem. Dieses Problem ist übrigens hier auch eines der Robustheit. Denn, ja, die Icons, die hier so verwendet wurden im Allgemeinen, sind ja von Microsoft. Aber dieses eine ist nicht von Microsoft, sondern das ist von Adobe dazugekommen. Und das führt hier dazu, dass hier ein Icon drin ist, was nicht zu den anderen passt und dadurch diese Aufmerksamkeitsleitung erzeugt. Wie könnte man robust gestalten an dieser Stelle? Das ist natürlich richtig schwer. Man könnte Vorgaben machen an die Hersteller und könnte sagen, bitte, wenn ihr ein Systemsteuerungs-Item hier haben wollt, dann müsst ihr euch an bestimmte Designrichtlinien halten. Oder man könnte auch versuchen zu erkennen, dass bestimmte Icons das nicht haben und sie dann zum Beispiel anders darstellen. Ist natürlich schwierig. Also man könnte versuchen, das Icon zu entfärben automatisch. Aber, naja, also die Vorgabe an die Gestalter wäre wahrscheinlich die sinnvollere und besser funktionierende Variante hier. Dieses Icon, dieses Flashplayer-Icon hier, ist das, was wir einen optischen Schreihals nennen. Und optische Schreihälse haben wir leider ja oft. Wir haben es hier an diesem Flashplayer. Wir haben auch einen optischen Schreihals hier unten in dem PHP MyAdmin, unten links in der Ecke. Da sind diese Xe, diese roten Xe, so optische Schreihälse, die stärker auffallen als alles andere. Und auch in dem eben schon angesprochenen, naja, in dem Beispiel haben wir optische Schreihälse drin. Wir haben hier das Rot, Grün und Blau an dieser Stelle. Dieses Icon ist zum Beispiel stark ein optischer Schreihalse. Aber auch andere heben sich viel stärker gegenüber anderen Icons ab, als es notwendig und sinnvoll wäre an dieser Stelle. Das heißt, diese optische Schreihälse, eine Missachtung der Gleichförderlichkeit, die gilt es immer zu vermeiden. So, wir werden im nächsten Video sehen, dass diese Forderungen, diese vier Forderungen, die ich gerade hatte, häufig zueinander in Konflikt stehen. Denn ich kann sie nicht gleichzeitig erfüllen, wenn ich Icons gestalten möchte. An dieser Stelle aber einmal noch mal kurz einen Blick auf diese Forderungen. Welche sind es denn jetzt gewesen? Es sind genau die, die wir schon mal kannten. Wir haben über Erkennbarkeit dieses Mal nicht gesprochen. Da sind wir jetzt von ausgegangen, dass Icons natürlich erkennbar sein müssen. Wenn ich die Icons vom Hintergrund nicht unterscheiden kann, naja, dann habe ich sowieso verloren. Aber wir haben über Einfachheit gesprochen. Icons müssen einfach sein. Denkt mal an die Verkehrsschilder. Icons müssen unterscheidbar sein. Denkt an das Icon mit den vielen Ordnern da drin. Wenn ich sie nicht voneinander unterscheiden kann, kommt es zu Fehlbedienungen. Icons müssen ablenkungsfrei sein. Da haben wir gesagt, das bedeutet hier in diesem speziellen Fall, dass sie gleichförmig sein müssen. Dass man nicht diese versehentliche Aufmerksamkeitslenkung hat. Und Icons müssen wiedererkennbar sein. Und da haben wir gesagt, das bedeutet hier in diesem Falle, dass sie bildhaft sein sollten. Und zwar bildhaft auf eine Art und Weise, bei der das Bild, was dann da ist, eine Erinnerungsfunktion haben kann an das, wofür das Icon stand. Und mit diesen vier Forderungen, die wir jetzt hier haben, werden wir im nächsten Video weitermachen und gucken, warum das ein Problem ist. Warum da ein Gestaltungskonflikt entsteht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020